Hallo, heute spielen wir zusammen Minigolf. Gerrit und Hendrik sind auch mit dabei. Ich habe mir extra mein Golf-Outfit angezogen. Und wir spielen nach folgenden Regeln. Pro Loch ein Shot. Allerdings nur für den, der am schlechtesten pro Loch ist. Wenn einer Hole in One schafft, die anderen beiden ein Shot. Jetzt geht's scharf. Hallo? Alkohol trinken ist voll schlecht. Mach das nicht nach, wir sind professionelle Stuntmans. Hallo? Ich wollte einmal gochen. Wie heißt das? PTA-Tour? Wie heißt das? PTA Herrenhausen. Zwei. Zwei auf ne Art. Der kommt ganz, ganz schnell und wird trotzdem auch so ein Zweier-Ding. Von da zu verkacken ist fast unmöglich. K, zwei. Okay, let's go. Sag mal an welcher ist es. Ganz linke, der? Neee. Es geht um ihn hier. Ihn und ihn. Die drei in der Mitte. Der ist gut, der ist gut. Zwei. Fünf ist es geworden. Der helle Wahnsinn. Einen hat er noch. Aber du kannst ihm auf jeden Fall schon mal den Pfiffi warm machen. Nee, war gut. Wem telefoniert der denn? Der kennt doch gar keinen. War jetzt nicht so gut gefilmt, ne? Weil ich ein bisschen voll bin auch. Macht nichts. Boah. Die ähmliche Flasche. Die entgegen Sie das. Der wär echt scheiße. Boah, das war ja mega... Ups. Nachmachen, ne? Das war der fünfte? Das ist zu kurz. Zu kurz ist der? Mensch, hauskehle ich von irgendwann. Zu zu doll. Der, der am Ende, äh, am meisten... Ooooooh! Jukoooooo, ne Kanto! Ich meine Kurve, ich meine Steine. Jetzt ist er noch los. Ja, sieben. Ooooooh! Boah, darf ich hier das erste Movie erstellen, oder? Ja. Das war so cool. Mein Gott, ne. Was hat eigentlich hier passiert? Hat wohl jemand schön die gleiche Idee gehabt wie wir. Ja, das ist ja übel gut. Ja, ne. Wie gut wär, wenn er direkt hier gemacht hat, ne? Ne, muss er ja auch nicht. Ey, klar musst du das ja mitmachen. Mach mal was du das damit. Das ist ja völlig beschwert. Ne, ist hier die Mitte für dich? Ist das mittig genug für dich? Ja. Oder noch zurück? Du meinst, soll ich von hier spielen, oder? Entschuldigung, mein Zollstock noch in die Mitte. Ja. Siehste? Fast hole in one. Wenn's korrekt wäre, würde ich ihn gerne von hier, äh... Ich würde ihn gerne hier, da, von hier spielen, ne? Soll ich nochmal zwei vielleicht von anderen Bahnen hier rein machen? Yes! Das ist ja fast mega schicken gewesen. Ja, aber nur fast. Drei, oder? Ja. Vielleicht drei, wahrscheinlich vier. Drei. Oh, Wahnsinn. Vier, oder was? Vier? Ja. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Vier, oder was? Vier? Gerrit, wie viele Tatortfolgen beruhen darauf, dass jemand einen mit dem Golfschläger umgebracht hat? Drei. Locker mehr. Mein Gott, nee. Oh, der ist zufrieden. Kannst du mir direkt die Vorsitzung? Meine Fresse, was ist das für eine Bahn? Oh mein Gott, war das schlecht. Zero. So, wie soll das das werden? Egal. Du brauchst das nicht ins Problem. Mein Leben ist doch so beschissen. Dann hat er noch einen gemacht und dann noch einen. Und das für den Sechsten jetzt hat er liegen. Ja. Ich schneide das raus. Ich glaube, da gibt's erstmal hier drei Shorts für alle. Ja! Kommt. Ohhhh. Sechst, oder was? Wow! Das ist wie... Das ist wie ein ***. Das scheiß Loch für mich verarschen. Ihr könnt ja ruhig Fotos machen. Ja. Aber ihr habt nur noch eine Stunde. Das passt wieder. Das passt wieder. So, sieben. Sofort zwei kurze klar machen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, nee. Das ist so knapp, Digga! Was ist das? Zwei Zentimeter oder drei gewesen? Zwei Zentimeter oder drei gewesen? Oh mein Gott! Oh, oh! Oh! Zu doll. Wenn, wenn. Aber wenn wäre auch zu doll. Ich sehe schon, dass wir hier drei Shots erholen müssen, Männer. Oh mein Gott, nein. Wir seien einfach Semmels wieder. Alle Hoffnungen in Hendrik. Ja, alle Shot. Bitte in der Hose und dann daraus. Das könnte ein richtig guter Witz werden, aber warte noch kurz, bis wir ins Kumpen haben. Ja, aber ich wäre nicht der Idiot, dass er wem bringt. Wie wäre denn sonst? Seveje. Ne, seveje. Seveje. Ja, seveje. Hesse. Seveje. Seveje. So, weiter geht's. Sexte Baam. Ach, fahrt aufs Schweiß, Schlagblech. Was war das denn? Was war das denn, bitte? Das Schlagblech war im Wege. Das ist Schlagblech! Das heißt Schlagblech, das heißt ja nicht Schlagsahne, sondern Schlagsahne. Das ist Schlag Nummer 4 schon, ne? Was machst du? Hör auf! Sechs! Hopp! Ja, war kackt, egal. Kommt in der Scheißweife, bis vor der Bahn! Ei! Krass! Oh, guck mal, ne Bierbank! Sofort draufstellen, Laila rufen! Ich hab nen Puff! Und meine Puff! Das war Nummer 1! Das war Nummer 1! Ach, das war Nummer 1! Die ist schöner, jünger, geiler! Ja, ich bin wieder runter! Oh! Ja, ich bin wieder leer! Ja! Ja, ja! Ja! Warum ging das? Oha! Wow! Yo! Oh mein Gott! Oh! 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 Oh nein! Alle haben 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! Wo ist der Typ? Komm, Josef! Wow! Oh! Oh! Och, Digga ey! Fast wieder rausgefallen, der Brie! 5! Ich kann schon ne 5! Es wird doch nicht wieder passieren, das war das! Och, die Bibel scheiße! Boom, boom, boom! Mh! Mein Gott, Henrich! Das ist doch keine Typ... Huuu! Ah! Hm! 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 Alle, die gesagt haben, es geht nicht! Ja ist nicht! Es geht! Hm... 3! Loser! Mein Gott, ne. Auch drei. Oh, drinnen. So. Zwei. Voll die Hand wehgetan. Mann. So lang. Das ist doch cool. Mein Gott, ne du. Fünf. Dann trinke ich nicht. Dann trinke ich nicht. Dann trinke ich nicht. Scheiße. Oh, gut gemacht, Digga. Ja. Das ist die wahre Wanne. Ich würde leid, wäre das richtig geil gewesen. Äh, ja. Oh, zum Glück über die Linie, ey. Das ist ein Dolle. Oder richtig? Ne. Und eben halt, ne. Drei. Fuck, das wäre noch drei. Drei. Wir haben noch fünf Minuten für zwei komplette Dinge. Jetzt haben wir richtig Stress, ey. Zwei Flügel. Bam. Drei, ja. Drei. Äh, okay. Das war Nummer drei. Spiel. War so nicht gedacht, aber beide laupt auf jeden. Das war Nummer vier. Pfff. Schiff. Schiff. Wow. Quatsch. Oha. Oh. Dann gehe ich einfach. Meine Freunde, ob ich wieder Alkohol ausgeben können, ist das so oder so, ne? Deine Freunde. Och, Digga. Das war Nummer vier? Digga, Junge. Aber. Oh Gott. Oh. 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 Oh mein Gott. Das war sogar der. Letzter Schlag, ne? Oh. Ja, Digga. Das waren sieben. Das ist übel dumm. Zweiter Schlag. Pech gehabt. Fällige Scheiße hier. Vierter Schlag. Vierter Schlag. Erster Schlag. Erster Schlag. Zweiter Schlag? Ne, kommt. Daneben. Und der fünfte. Was? Wenn es Frederiken immer gibt, Digga. Jetzt kommt der sechste oder was? Oh Gott, jetzt ist der Scheiße. Also wir haben zu Ende gegolft. Es war mir ein inneres Glocken läuten. Auf Platz drei mit 88 Punkten. Hendrik. Wahnsinn, ey. Auf Platz zwei mit 68 Punkten. Moi. Boah, das war peinlich, ne? Im eigenen Video nicht zu gewinnen. Ist okay. Ich bin ein sympathischer Verlierer. Auf Platz eins mit 59 Punkten. Gerrit. Und jetzt. Danke für's Einschalten. Ja.